Das Klima zu schützen und die Umwelt zu bewahren, ist eine der wichtigsten und gleichzeitig größten Herausforderungen unserer Zeit. Eine umweltfreundliche Wärmeversorgung in Städten und Dörfern ist hierbei ein wichtiger Baustein und kann große Mengen an CO2 einsparen. Daher fördern Bund und Länder energiesparende Wohnprojekte. Gleichzeitig werden die energetischen Auflagen für Neubauten immer strenger. Mit den Quartierslösungen bietet Alpha Innotec erprobte Konzepte für Kontraktoren, Bauträger und Gemeinden, um Wärme effizient zu erzeugen und zu verteilen, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig eine hohe Wohnqualität sicherzustellen. Seit über 20 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt Alpha Innotec Wärmepumpen, hergestellt in Deutschland und im hochmodernen Forschungszentrum ständig weiterentwickelt. Unsere Produkte stehen für Qualität, einfache Installation und Bedienung sowie zuverlässigen Betrieb. Sie sind unabhängig von fossilen Brennstoffen, energieeffizient und dadurch nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch nachhaltig. Mit unseren Quartierslösungen gehen wir noch einen Schritt weiter und nutzen die Vorteile der Wärmepumpe in ganzen Wohngebieten. Für grünes Wohnen und umweltfreundliches Heizen. Bei höchstem Komfort für die Bewohner. Dazu werden mehrere Wohneinheiten zusammen geplant und realisiert und ein gemeinsames Wärmenetz eingerichtet. Moderne Wärmepumpen heizen, kühlen und bereiten brauchbarem Wasser, effizient und umweltschonend. Die Temperaturen sind dabei in jeder Wohneinheit individuell einstellbar, trotz gemeinsamen Wärmenetzes. Als Wärmequellen kommen zum Beispiel Tiefenbohrungen, Brunnen, Erdkollektoren oder Abwärme in Frage. Weitere regenerative Energien, wie Photovoltaik und Solarthermie, können genutzt und auf verschiedene Haushalte aufgeteilt werden. Für die Wärmeversorgung sind verschiedene Konzepte möglich, perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen. Entweder dezentral durch kalte Nahwärmenetze oder mit neutraler Wärmeversorgung im Nahwärmenetz. So schaffen wir eine umweltfreundliche, nachhaltige Heizlösung mit vergleichsweise geringem Aufwand. Durch die Nutzung von Nahwärme und den Einsatz von Wärmepumpen werden deutlich weniger fossile Brennstoffe verbraucht und die CO2- und Feinstaubemissionen reduziert. Der Staat belohnt dieses geniale Versorgungskonzept mit hohen Förderungen. Alpha InnoTech setzt seit über zehn Jahren erfolgreich Quartierslösungen um. In Deutschland und im europäischen Ausland. Mit unserer Erfahrung stehen wir Stadtplanern, Bauträgern, Architekten und Gemeinden zur Seite und entwickeln gemeinsam die perfekte Lösung für effizientes Heizen und grünes, umweltfreundliches Wohnen. Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne. Alpha InnoTech – The Better Way to Heat Alpha InnoTech Alpha InnoTech – The Better Way to Heat Vielen Dank.